Was ist jetzt? Achso, ich dachte, der Computer schaue jetzt wieder ab. Das heißt, wieder. Spielschutz ab, meine ich. Ey, du sollst da hin. So. Und so, jetzt ist da zwar nicht mehr so viel Platz, aber... Für einen Getränkestand. Einem... Sandwich-Stand. Und... Einen Kaffeestand. Eigentlich hier einen Eis-Stand können wir auch noch nehmen. Ob da ein Kiosk und ein Eis-Stand hinpasst. Ich will auch noch Tische bauen. Ich mach erstmal nur einen Eis-Stand. Na, ey, das muss ich da hinkriegen. Ja. So. Und dann bauen wir auch noch Tische, nämlich, ja. Meine Idee war das. Das war ganz allein meine Idee. So, so. Na, Perfektor. Da kommen auch schon die Ersten. Was sagt denn genau die Zufriedenheit hier überall? Boah. Das ist ja dunkelgrün. Ja, sehr schön. Freue ich mich. Gesamte Bewertung vier Sterne. Freizeitangebote. Ja, ja, genau. Stimmt. Versorgung. Müsste jetzt eigentlich. Dann baue ich mal noch einen Spielplatz. Wohin auch immer. Ich würde sagen nach hier. So. So. Sand ist da ja schon. Brauche ich keinen Sand mehr reinmachen. Nach hier. Genau. Eine Rutsche. Eine Schaukel. Ein Trampolin. Und eine Wippe. Und eine Wippe. Ey. Wippe. Das habe ich noch nie gehört, dieses Wort. So, jetzt mache ich da auch noch im Hecken rum, wenn das passt. So. So. Na. So. Mann. Mann. So. Und so. Jetzt musste sich das langsam legen mit den Freizeit. Ja, ist schon hochgegangen. Ein Stern. Das finde ich schön. Der gefällt mir viel besser. Habe ich viel mehr mit Liebe gemacht. Ja, ich weiß. Ich spreche mal von Liebe. Na ja. Was sagt die Bilanz? Okay. Minus die Baukosten. 7.500. Sind wir dann bei. Ach ne, nicht Mathe. Ne, habe ich keine Lust jetzt. Wie wir Ende schon sehen. Und wir haben ja noch ein bisschen viel Geld. Und damit beende ich diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei Camping Manager 2012. Yo. Dann auf Wiedersehen. Dann auf Wiedersehen.